Hey, Pizza-Apfel, weißt du was? Ja, ich weiß alles. Äh, okay. Ein Déjà-vu? Ah, Französisch kann ich auch. Ah, wie? Wie? Ja, ich hätte auch gerne einen Döner. Das ist ein Döner. Undet ansonsten wird es noch nicht mehr ausgetiut, Und dann kommen Sie später einen Döner. Und dann können Sie einen Döner das aufgreif. Vielen Dank.